Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Hier geht es um das Thema Kopfgelenksinstabilität, Probleme, Blockaden der obersten Halswirbel, ersten, zweiten, dritten Halswirbel und den damit verbundenen Symptomen. Mein Name ist Uli Kopfried, ich bin Betroffener. Ziel dieses Kanals ist, einen Wissensaufbau durchzuführen. In der Reihe des Wissensaufbau haben wir noch ein Thema noch nicht wirklich hundertprozentig beleuchtet. Das ist nämlich das Thema tiefes Muskeltraining der oberen AWS-Region. Ich schaue da immer wieder auf verschiedenen YouTube-Kanälen rum, um da passende Beiträge zu finden. Man wird halt auch insbesondere im Amerikanischen fündig. Das bin ich auch dieses Mal und habe hier eine amerikanische Trainerin. Das Ziel ist jetzt, dass ich euch jetzt hier mal dieses Video vorstelle, diese Übung, also im Original. Und dann werde ich das übersetzen. Ja. Und dann habe ich vor, dass ich nochmal eine Session mache, wo ich praktisch ein Video komplett aufnehme, dass ihr das immer wieder starten könnt, um die Übung zu machen. Und ja, ich hoffe, dass ihr mitmacht. Ich werde das jetzt auch mal probieren. Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, das drei Monate zu machen. Also mindestens einmal am Tag möchte ich das machen. Und Ziel ist also das praktisch dann, ja, zu schauen, ob euch das was bringt, ob die Übungen euch was bringen. Und das heißt, ich würde euch bitten, wenn ihr mitmacht, auch einfach mal in die Kommentare zu schreiben, hey, ich bin dabei. Und dann vielleicht nach einem Monat, zwei Monaten zu kommentieren, ob das was bringt oder nicht. Es gibt ja verschiedene Übungen für die obere Halswirbel. Und sie meint, dass für C0, also zwischen C0, C1 und C2 das hier das Effektivste ist. Und sicherlich werden wir uns nochmal mit weiteren Übungen beschäftigen. Aber das war jetzt so das Schnellste, was ich denke. Das kann jeder machen, auch wenn du extreme Probleme hast, weil jetzt so irgendwie Kräftigungsübungen, wo du den ganzen Kopf bewegst, das glaube ich, ist für viele ja doch fast unmöglich. Und jetzt zeige ich mal kurz den Kanal von der Beth. Genau, der Kanal heißt Movement and Function. 33.000 Abonnenten, 166 Videos. Und die Beth Wagner beschreibt da verschiedene Videos. Und das Video, was wir uns heute eben anschauen, ist das Thema Cervical Spine Stabilization, also Stabilisierung der oberen Halswirbelsäule. Und Best Exercise for Cranial Cervical Instability, also beste Übung für Kopfgelenksinstabilität zwischen C0 und C1 und C1 und C2. Lassen wir uns überraschen. Wir werden es auf jeden Fall angehen. Ich hoffe, du bist dabei und bringst dich hier mit ein und trainierst fleißig mit. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas, irgendwas mit diesen Übungen erreichen. Es ist auf jeden Fall kostenlos. Du musst nicht viel in Therapeuten investieren. Und ich sage mal, die zehn Minuten am Tag, die wirst du dir rausschneiden. Das hoffe ich zumindest. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt erst mal viel Spaß mit dem Intro meiner Übersetzung. Und wie gesagt, ich werde noch mal ein gutes Video versuchen, wo ich dann die Übungen mit euch durchgehe. Hallo und herzlich Willkommen zu Movement and Functions. Ich freue mich heute, euch ein neues Programm für die Halswirbelsäule Stabilisierung vorzustellen. Dieses Video konzentriert sich speziell auf die Kräftigung und Stabilisierung und Unterstützung der Gelenke dort, wo ihr Kopf auf die Oberseite des Halses trifft, Schädel, also die Halswirbelsäule berührt. Der Name dieses Bereichs gibt es verschiedene. OA-Gelenk, AA-Gelenk, C0-C1, C1-C2. Wir haben verschiedene Namen für diesen Bereich. Ich habe auch zwei Videos zur Stabilisierung der Halswirbelsäule gepostet, Teil 1 und Teil 2. Diese Videos konzentrieren sich auf die gesamte Halswirbelsäule von der Spitze, wo ihr Kopf auf den Hals trifft, bis hin zur Stelle, wo ihr Hals auf die Brustwirbelsäule trifft. Zusätzlich habe ich ein Video erstellt zur Stabilisierung des Brustraums und des unteren Nackens. Wenn Sie also Probleme im gesamten Nacken und der oberen und des oberen Rücken haben, sollten Sie auch diese Videos ansehen. Das erste, was wir tun müssen, ist nun die Haltung zu korrigieren. Wir setzen uns darauf aufrecht hin, in neutraler, aufrechter Position. Die Beine sind am Boden und genau, als nächstes schauen wir, dass das Becken richtig sitzt. Ihr Becken sollte nicht zu weit nach vorne und nicht zu weit nach hinten gebeugt sein, sondern genau in der Mitte. Sie sollten einen kleinen Bogen im Rücken haben. Bewegen Sie sich nun aufrecht, heben Sie Ihre Brust an, entspannen Sie Ihre Schulterblätter und stellen Sie sich vor, dass eine Schnur oben am Kopf zieht und Sie in der Wirbelsäule aufrichtet. Der letzte Schritt besteht darin, das Kinn ein wenig anzuheben und Ihr Kinn gerade nach hinten zu bringen. Also eine Art Doppelkind zu erhalten und das nennt man dann Gin Knot und entspannen Sie sich dabei, das Zurückziehen des Kins intensiv zu erleben. Halten Sie inne, halten Sie die Spannung und dann entspannen Sie sich. Ziehen Sie das Kinn nach hinten, halten Sie es und entspannen Sie sich. Sie werden wahrscheinlich keine große Bewegung sehen, das ist auch nicht Ziel der Übung. Achten Sie das der Körper gerade ist und dass Sie völlig in Ihre Haltung passen. Es ist hier eine Übung für die vorderen Muskeln. Es kann aber auch sein, dass hinten oben etwas zieht. Das ist großartig. Machen Sie fünf Wiederholungen und spüren Sie einfach diese Kinnbeuge und entspannen Sie sich. Fügen Sie ein leichtes Kopfbewegen hinzu und das oberste Gelenk wird hier gut mit einbezogen. Dies ist keine Bewegung, wo Sie nach unten schauen zum Boden. Sie bleiben mit dem Kopf aufrecht und ziehen den Kopf einfach nach hinten. Halten Sie die Haltung für fünf Sekunden und dann entspannen Sie. Achten Sie, dass Ihre Schultern entspannt sind. Verspannen Sie nicht im Oberkörper. Führen Sie fünf Wiederholungen durch oder so viel wie Sie eben möchten und können. Kommen wir zur nächsten Übung Isometrics. Bewegen Sie sich. Hier geht es um die kleinen Muskeln, die wir stärken möchten. Beginnen Sie mit einer guten Haltung. Platzieren Sie in Zeigung und Mittelfingern beide Hände direkt neben den Wangenknochen, während Sie Ihre Wangenknochen etwas drücken. Schauen Sie nach unten und beginnen Sie Ihre Muskeln, als würden Sie mit dem Kopf auf eine Weise nicken und auf die Finger drücken. Dies ist ein sehr leichter Druck. Drücken Sie also nach unten und schauen Sie unten nach unten. Halten Sie das Gebisst. Halten Sie die Übung drei Sekunden. Wiederholen Sie fünf Mal oder so oft Sie eben möchten. Als nächstes die Isometric Retraction. Zeigefinger unter der Schädelbasis auf die kurzen Nackenmuskeln legen und etwas Druck auf die Schädelbasis ausüben. Halten Sie diese Position drei Sekunden lang und entspannen dann wieder. Führen Sie den die Kinnbeuge drei Sekunden lang aus. Oder so viel Sie eben möchten. Dies wird eine Drehung mit einer kleinen Kinnbeuge. Beginnen Sie mit einer aufrechten Haltung. Drehen Sie den Kopf etwa zehn Grad und führen Sie die Kinnbeuge mit einem sehr kleinen Nicken durch. Halten Sie drei Sekunden und entspannen dann wieder. Drehen Sie das Kinn ein wenig weiter um weitere zehn Grad. Ziehen Sie das Kinn erneut an und knicken Sie leicht nach unten und entspannen Sie sich dann. Sie sollten eine tiefe Aktivierung der Muskel spüren an der Vorderseite Ihres Halses und die Dehnung an der Schädelbasis auf der entgegengesetzten Seite in Richtung Ihres Kopfes. Entschuldigung sehr schnell hier. Die rechte Seite Ihres Schädels in Ordnung. Genau dann eben auf die andere Seite und dann wieder zehn Grad weiter. Die Übung durchführen. Drei Sekunden halten und dann wieder zehn Grad weiter und den Kopf nach unten. Kinnbeuge und den Kopf nach unten. Genau. Und dann wieder halten. Drei Sekunden lang. Entspannen Sie dann und gehen Sie wieder in die Mitte zurück. Machen Sie abwechselnd fünf Wiederholungen auf der linken und der rechten Seite. Die letzte Übung ist ein tiefes Nackenbeugetraining mit einem leichten Kopfnicken. Beginnen Sie in einer bequemen Rückenlage. Gebeugte Knie und den Füßen flach auf dem Boden und einer sehr kleinen Kissenschütze. Sie sollten Ihren Kopf nicht so weit oben haben, also vielleicht auch ohne Kissen arbeiten. Und die Schulterblätter entspannen. Führen Sie nun mit Ihrem Zeige- und Mittelfinger an der Vorderseite Ihres Nackens, Ihres Halses in der Mitte. Genau, es ist jetzt nicht der Sterno, sondern es ist eher in der Mitte. Bringen Sie also die Finger direkt auf der Innenseite des großen diagonalen Muskels seitlich von der Mitte und drücken Sie fest da rein, aber nicht so stark, dass die Atmung behindert wird. Ihr seht das ja. Dann ein leichtes Kopselkinn machen, drücken Sie den Kopf und legen Sie, drücken Sie den Kopf in das Kissen und nicken Sie ein wenig mit dem Kinn. Sie sollten spüren, wie sich die Muskeln tief in Ihrem Nacken unter dem Sternomastokleidomastoidus anspannen. Es fällt etwas schwer, das zu tun und gleichzeitig zu sprechen. Deswegen kann Sie das jetzt so nicht machen. Mein Sternomastokleidomastoidus spannt jetzt hier an. Bei euch sollte das aber nicht der Fall sein. Ihre Finger verwenden, um den Einsatz dieser tiefen Muskulatur zu spüren. Halten Sie das Kinn fest, machen Sie Ihre Anspannung fünf Sekunden lang und entspannen Sie dann wieder. Wiederholen Sie auch diese Übung fünfmal. Es ist normal, dass bei diesen Übungen leichte Dehnungsbeschwerden und leichter Muskelkater kommt. Hören Sie auf jeden Fall sofort auf, wenn Sie Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl kribbeln oder Schmerzen haben, während Sie diese Übung machen. Das steuert auf schwerwiegende Symptome hin. Das sollten Sie die Übung dann sein lassen. Hören Sie also sofort auf, wenn irgendwas auf der Schädelbasis zu spüren ist, was abnormal ist. Außer eben ein leichter Dehnungsschmerz. Sie sollten jeden Tag die Übung machen. Möglichst zweimal am Tag über mehrere Wochen. Dann stellt sich ein Effekt ein. Und ja, wenn Sie mit der Übung zurechtkommen, nicht zurechtkommen, können Sie sich auch an Sie wenden über die Homepage. Und genau, das hilft soweit. Ja, das wär's gewesen mit dem Video. Ich hoffe, das gefällt Euch und abonniert dann meinen Kanal. Wenn Ihr Fragen habt, wie gesagt, stellt die mir. Alles klar. Das soll's gewesen sein. Ja, das war's mit der Übersetzung. Ihr habt's gemerkt, ich bin teilweise mit der Übersetzung nicht mitgekommen bzw. gestrauchelt. Es macht aber nichts. Ihr habt ja die Übungen auch gesehen. Und ich werde jetzt nochmal ein eigenes Video posten, wo wir praktisch ohne Vorspann, ohne Nachspann, ohne Übersetzung einfach das machen. Und zwar könnt Ihr das dann immer starten und die Übung mit dem Video machen. Das ist besser, als sich das Video mal anzuschauen und dann weißt Du eh den Ablauf nicht mehr. Ja, ich hoffe, die Beth hat Euch hier motiviert und ich. Und wir machen das Programm zusammen. Ziehen das mal drei Monate durch. Und schauen, ob es uns irgendwie was bringt. Ich wünsche es Euch. Ich wünsche es auch mir, by the way. Und ja, werdet wieder gesund. Aber im Moment. Und da ist ja so. Auch die Whabe. Und da war es nicht nur. Und da war es nicht nur. Und da war es nicht nur. Aber das war es nicht nur. Ich tue mich jetzt eine gute Zeit. Und das war es nicht nur.